Knast, ihr bewegt euch noch zu wenig. Wohlwahr! Ich habe nicht Wohlwahr gesagt. Das war sehr brutal. Leute, ihr müsst springen und durch die Gegend rennen und Leute anrempeln. Das ist geil. Deine Mutter ist eine Mutschi. Sollte ein bisschen wörtlich genommen werden. Er nennt sich Deconstruct to Reconstruct. Und während es Englisch nicht mächtig ist, das heißt so viel wie Reiß es ab, um es aufzubauen. Los! Oh yeah now! Come on! No! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020